Hallo, hallo, herzlich willkommen zu RayaWorks Coworking in St. Tani. Hier ist unsere Chill-Out-Area, wo wir uns entspannen oder etwas über Mallorca herausfinden, wo wir unsere Zeitungen lesen. Wir haben eine Menge schöne Abos für euch oder an der Theke kurz E-Mails checken oder auch ein kleines Computerproblem lösen. Und zwei Telefonboxen, eine am Eingang und hier eine weitere, helfen uns, dass wir auch mal ungestört arbeiten können. Dass wir uns zurückziehen können und für uns sind und mehr Privatheit haben. Natürlich auch mit Lüftung. Aus Portugal die lieben Stücke. Und schon sind wir da, wo auch noch ein bisschen mehr gearbeitet wird, mit einer Fachbibliothek, wo man halt eine ganze Menge Inspirationen finden kann. Arbeitsplätze hier. Dort haben wir eine kleine Teeküche. Eine kleine Raya fliegt jetzt durch unseren Space. Hier geht es auch zum Patio. Und wir haben hier Arbeitsplätze. Mit einem sehr mallorquinischen Ambiente. Und meinem lieben Mann Rainer. Und meiner lieben Frau. Und sie hat das Wort Arbeit in den Mund genommen, kann man hier auch. Genau. Mit einem schönen Blick in den Patio. Wenn man möchte, kann man sich auch hinstellen zwischendrin, dass man nicht immer nur im Sitzen arbeitet. Das ist uns auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das sehen wir auch hier in diesem Bereich, den wir zum einen für Gruppen benutzen, für Seminare, für Workshops, aber eben auch für drei Arbeitsplätze. Und da seht ihr da hinten, da haben wir auch einen sehr schönen Tisch, den man hoch und runter fahren kann. Und es sich da richtig gemütlich macht. Und wer vielleicht bei uns beim Online-Salon dabei war, der kennt diese Rückwand. Denn das ist die typische Rückwand, die ich benutze, wenn ich dann hier stehe und den Online-Salon moderiere. Genau so. Und das Schöne ist, dass wir hier direkt auch in den Patio können. Das heißt, als Team oder als Gruppe ist es ein leichtes, sich zum Beispiel dieses nette, leichte Whiteboard mitzunehmen und damit im Patio zu arbeiten. Die Sonne hat uns gerade ein bisschen verlassen, aber ich denke, ihr bekommt einen Eindruck, wie schön es hier ist und wie schön es ist, hier zu arbeiten und mit einem schönen, offenen Himmel über sich ein bisschen den Entspannung und Arbeit, Relax and Work zu kombinieren. Und das ist, wie schön es hier ist.